Okay, der ist tot, nein, fuck, fuck, okay, der ist weg, die kommen jetzt wahrscheinlich dann hier hoch, ne? Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu Unturned, die dritte Folge und, oh, ja, Missing Place, was ist denn das da? Ja, Pick Up White, achso, was soll denn das sein? Das da unten, was ist das? Warte mal, mein Inventar ist so voll, ne? Das hier kann ich mal wegwerfen, das Paddel hier, zum Beispiel, das habt ihr mir geschrieben, ganz, ganz toll, so, das werfen wir auch weg. Brauche ich denn den Spaten überhaupt? Ne, weg mit. Das rote Essen darf ich nicht essen, ich habe aus den Kommentaren gelernt, aha, den Error behalte ich trotzdem mal, so. Ähm, oh, fuck, ich habe Angst. Mach, mach doch das Nachtsichtgerät, warum, warum funktioniert das Nachtsichtgerät nicht mehr? Hä? Was? Zieh's an, Mann! Hier, ich dachte, es geht mit einem Shortcut. Verdammt, warum ist jetzt die Sicht so komisch? Hä, was habe ich denn gedrückt? Ah, mit H, okay, H, H, und mit N kann ich's ausstellen, gut, okay, ich höre Zombies, nicht gut, oh, nee, warte, wir nehmen die Axt. Wir nehmen die Axt, es ist dunkel, dann ist es besser. Korn zieht, so, ich sollte... Alter, die sind ja alle wieder gespawnt, das ist ja kacke. Was ist denn das da? Das kann ich nicht essen. Ah, doch, orangene Sachen? Nee, gelbe Sachen darf ich essen. Ihr habt gesagt, grüne und gelbe Sachen, die darf ich... Oh, ist das besser? Warte mal. Wir gucken mal, ob der Parker hier besser zu mir passt. Den equippen wir uns mal, so. Hat er jetzt mehr Platz? Ich weiß nicht. Und das hier können wir ja, ähm, zu Fetzen machen, so. Craft, oh, nee, das will ich nicht, so. Das hier können wir craften, das da auch. Kann ich hier raus was machen, das da, das da. So, und daraus kann ich das da machen, daraus kann ich das da machen, so. Ähm, was ist das hier? Closed. Kann ich Rope machen, aha. Ich kann hier raus etwas machen, ne? Dazu brauche ich aber... Military, das habe ich, habe ich das nicht? Hä, aber warum? Was bringt das so genau? Ich kann aus einer Karotte Karotensied machen. Karotensied, was ist das da eigentlich? Sandbag und... Okay. Okay. Alles klar. Ja, ich würde nämlich gerne wissen, das habe ich nicht heraus... Ne Chainsaw. Geil. Ich würde nämlich echt gerne wissen, Freunde, wie man, ähm... Wie man, äh... Wie soll ich sagen? Wie man etwas anpflanzt an Essen. Das würde mich mal interessieren, so. So, ich würde gerne den Baum fällen. So, wie lange... Ihr habt gesagt, es dauert ein bisschen. Das versuche ich jetzt einfach mal. Oh, geil! Oh, geil! Baum fällt! Okay. Pine Stick. Lock. Wie viel könnte man da aufheben? Ist der Baum einfach mal weggerollt. Wie geil. So. So, und jetzt kann ich bestimmt was craften damit. Hoffe ich doch. So. Daraus kann ich diese Dinger machen. Und das hier ist genau Pine Plank. Was bringt mir das? Was bringt mir ein Pine Plank? Könnt ihr jetzt spielen? Wer will fleißige Handwerke sehen? Was ist das jetzt? Plus so Pine Stick. Kriegt mir das was? Kann ich auf den Sticks was machen? Achso, wieder Pine Planks. Kann ich die auch irgendwie dann setzen? Also, ich habe, was das angeht, irgendwie null Ahnung. Ne. Den kann ich nur droppen. Kann ich damit was machen? Ne. Schade. Okay. Wir haben auf jeden Fall Holz. So. Das ist jetzt etwas doof. Also, ich brauche Essen. Das steht fest. Und Trinken. Ich habe hier nämlich keinen. Trinken. Ach. Ich habe hier... Ne. Das ist Peacemaker Munition. Äh. Was habe ich hier? Ein Hawkehound und das. Ich brauche was zu essen. Was Gutes zu essen. Die Karotte hier, die kann ich nicht benutzen. Potato Seed. Ich will wissen, wie ich das... Aha. Kann ich das jetzt... Cool. Ich kann das anpflanzen. Ich habe es herausgefunden. Warte mal. Wir machen Night Vision aus. Oh. Wie cool. Wir merken uns jetzt einfach mal, dass wir das bei dieser Farm hier... Da pflanzen wir jetzt Sachen an. So. Einfach mal hier. Nice. Direkt daneben. Die Crowen jetzt. Keine Ahnung, wie lange. Und das hier. Ein Potato. Kann ich direkt daneben machen. Wie cool. Wir können jetzt hier Sachen anpflanzen. Das ist richtig toll. Okay. So. Okay. Wir gucken nach jetzt auf der Karte. Ich bin dort. Ich werde jetzt versuchen, zum Paradise Point zu kommen. Ich muss irgendwo looten. Ne. Aber da werden wahrscheinlich viele Mobs sein. Can't race way. Äh. Uch. Ähm. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt was versuchen. Äh. Hier Nahrungsmittel weiterhin zu bekommen und so. Ich werde mich jetzt erstmal mit dem Zombie hier anlegen. Oh. Komm. Oh. Fuck. Versaut. Und. Pam. Und. Pam. Okay. Der ist weg. Was ist das? Hä? Was kann ich damit machen? Was ist ein Fertilizer? Keine Ahnung, was genau das ist. Aber ich werde mich jetzt um die Zombies hier nochmal kümmern. Oh. Der Traktor hat sich verändert. War der nicht mal anders? Hat sich hier der Loot irgendwie? Hat sich da was getan? Oh. Hier ist noch eine Chainsaw. Die ist sogar besser. Warte mal. Ich gehe mal kurz nach oben. Äh. Ne. Da ist jetzt nichts Tolles mit dabei. Wir gucken jetzt mal. Hier ein Zombie. Waa. Oh. Oh. Alter. Pam. So. Und. Pam. Und. Pam. Scheiße. Jetzt hat er mir Schaden gemacht. Das wollte ich nicht. So. Ich brauche irgendwie einen Bogen. Das wäre auch optimal. So. Ich schleiche mich jetzt mal hier rein. Ich hoffe das geht. Wow. 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 Und. Pam. Und. Pam. Und. Pam. So. Okay. So langsam haben wir den Dreh raus. Oh man. Was ist das da? Tomaten Seeds. Carrot Seeds. Cool. Kann ich das mitnehmen? Oha. Sportshot. Was werfen wir was weg? Dieter. Hawkehaut. Warte mal. Äh. Mausspinnen. So die droppe ich jetzt mal. Ich will Dieter. Ist bestimmt gut. So. Ähm. Da hinten ist einer. Wow. Fuck. Pam. Oh Gott. Und. Pam. Oh Gott. Er hat mir keinen Schaden gemacht. Zum Glück. Der steht da hinten. Ich mache jetzt den Traktor mal ab. Hä? Wo kommt das Licht hier her? Hier. Krass. Von der Sonne wahrscheinlich. Resi. Ich hole dich mit dem Traktor ab. Wow. 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 Fuck. 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 Auf H kann ich das doch ändern. Yo. Auf H kann ich die Sicht ändern. Gut. Wir düsen jetzt in Richtung. Erstmal weg. So. Da hinten habe ich ja noch ein Auto stehen. Das darf ich nicht irgendwie vergessen. Aber wir düsen jetzt erstmal die Straße hier entlang. Und zwar mit dem Traktor. Yay. Wir haben da Karotten angepflanzt. Ich hoffe das wächst. Wir brauchen aber Nahrung. Damit sich die Radiation wieder auffüllt. Weil ich bin bei 23%. Das ist kacke. Und. Aber was man anmerken muss. Das muss man sich wirklich anmerken. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Und das finde ich weltklasse. Ne. So. Was ist da hinten? Ich hoffe da hinten ist dieser Punkt. Ähm. So. Warum fahre ich auf der rechten Seite? Es kommt mir eh nichts entgegen. Okay. Wir gucken kurz auf der Map. Wenn ich jetzt abbiege komme ich nach Tacoma. Ist genauso groß wie Everett. Ich will aber da mal hin. Ich will gucken was es da gibt. Und äh. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder diese. Diese Zombies in den Schutzanzügen. Yo yo. Wir fahren mit dem Traktor. So. Gehen wir mal hier lang. So. Vorsichtig. Oh man. Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss. Muss ich sagen. Oh oh. Oh. Uh. Das ist eine Militärbasis. Eine Militärbasis. Gibt es da Zombies? Oh ja. Ich sehe da einen. Wir steigen mal aus. So. Ich sehe schon richtig cool aus. Finde ich. Ich sehe bis jetzt einen Zombie. Oh Gott. Wenn es da coole Waffen gibt und Munition wäre das überragend Leute. Wir halten Ausschau. Okay. Ich werde mir erst den hier vornehmen. Komm mal her Freundchen. Ist da noch irgendwo ein Zombie? No. 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 Nur der da. Und. Oh fuck. So. Und. So. Okay. Der ist tot. Gut. Wir looten das jetzt. Wir versuchen so gut wie es geht hier Loot rauszuschlagen. Ich gehe jetzt erstmal diesen Turm hier hoch. Eine Militärbasis. Wie geil. Geil. So. Ich hoffe das. Und da gibt es Medi Packs. Nice. Scheiß. So. Gibt es hier oben was? Fuck. Geil. Hier oben gibt es einfach nichts. Okay. Ich habe einen Überblick. Ich muss die zwei hier irgendwie erledigen. Dazu muss. Ah. Das wird schwierig. Das wird schwierig Freunde. Sollte hier einfach mit dem Traktor rein stürmen. Besser wird es. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wenn wir hier hingehen. So. Ich checke die Lage jetzt im Zelt. Hier ist nichts. Okay. Military Desert. Top. Okay. Jetzt ziehen. Warte. Ähm. Ich droppe. Ah was. Ich brauche dieses ganze Holz nicht so extrem. So. Machen wir mal hier weg. So. Und äh. Close. Run. Mann. Okay. Kann ich das da vielleicht nach da oben ziehen? Warum geht das nicht? Ah. Mann. Haha. Aha. Haha. Warte mal. Ich werfe die jetzt einfach weg. Nehmen wir das da. Und ziehen uns den da jetzt mal an. Ist das vielleicht besseres? Warte mal. So. Habe ich jetzt irgendwie mehr Platz oder so? Ne. Aber ich kann Bandagen wieder machen. Und zwar aus dem hier. Zack. 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 Und. Ja gut. Passt. Was ist das hier? Yellow Smoke. Sag mal. Gibt es hier Smoke? Warte mal. Ich verbinde mich mal. Dann habe ich wieder mehr. Ähm. Mehr Dingensbumsens. So. Okay. Oh. Was ist denn das? Desert Military West. Scheiße man. Ist das gut? Wow. Jetzt sehe ich ja richtig Bombe aus. Okay. Dann machen wir das hier auch mal. So. Ich meine Kleidung findest du überall. Von daher ist es jetzt nicht so tragisch. Ähm. Wenn ich. Äh. Wenn die jetzt kaputt geht. So. Wir checken die Lage hier. Weiterhin. Alles gut soweit. Ins nächste Zelt. Okay. Okay. Go. 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 Da oben ist was. Was ist das? Kann es leider nicht erkennen. Ich versuche es mal zu bekommen. So. Okay. Was war denn das? Lol. Peacemaker. Holy shit. Peacemaker. Das ist. Oh krass. Ist das ein Maschinengewehr? Sag bitte ja. Sag bitte, dass es das ist. Was ist da oben? Da oben ist auch was. Hier gibt es genug Waffen. Holy shit. Holy shit. Militär Basis. Richtig nice scheiße. So. Ich versuche jetzt mal damit was zu reißen. Achtung. Okay. Der ist tot. Nein. Fuck. Fuck. Okay. Der ist weg. Die kommen jetzt wahrscheinlich dann hier hoch. So. Oh oh. Oh oh. Oh fuck. Meine Maus hängt. Wow. Oh. Wow. Eskalation. Alles gut. Okay. Die Waffe ist laut. Ich höre noch einen Zombie. Okay. Der da. Oh oh. So. Oh. Der kriegt noch weiter. Okay. Jetzt nicht mehr. Hä? Sag mal. Mein Freund. Jetzt ist aber Schluss hier. Heilige Scheiße. Ich habe eine richtig coole Waffe. Was ist das? Eine Ace. Was ist ein Ace? Keine Ahnung. Richtig geile Scheiße. Gibt es hier. Nice. Okay. Ich muss hier öfters herkommen. Glaube ich. Da liegt auch eine Waffe rum. Ich hätte aber gern irgendwie was zu essen. Na? So. Was ist das? Hawkhound. Okay. Warte mal. Da hinten ist ein Zombie noch. Scheint alles so weit irgendwie. Oh. Meine Maus hängt gerade. Ein bisschen. Was ist da drin? Was ist das? Flashlight. Eine Taschenlampe. Ja gut. Okay. Lage gecheckt. Alles ist in Ordnung. So. Dann gehen wir jetzt hin und machen den hier erstmal plan. Wobei es ist Munitionsverschwendung. Wir gehen so rein. Wow. Und. Oh. 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 Und Pam. Und Pam. Und Pam. So. Oh. Wow. Das war knapp. Oh. Nägel. Okay. Schön. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein in die Basis. Wow. 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 Richtig cool. Militär Basis. Gelootet. Fast. Oh. Ne. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da oben ist wieder eine Waffe. Was ist denn das hier? Tape. Nehmen wir mal mit. Ich kann glaube ich noch nicht mit allem was anfangen. Deswegen chill ich jetzt erstmal ein bisschen. Okay. Achtung. Ups. Und. Pam. So. Und. Pam. Und. Pam. Hä. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Pam. Jetzt ist er aber weg vom Fenster hier. Okay. Dort hinten haben wir noch den da. Ne. Und die. Haben wir noch die zwei. Okay. Pass auf. Die versuche ich weiterhin. Die versuche ich mit der Waffe hier zu machen. So. Okay gut. Alles geregelt. Ähm. Weil wenn ich da mit der. Äh. Nahkampfwaffe ran gestürmt wäre. Dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen eskaliert. Egal. Oha. Was ist das hier? Oh Mann. Meine Maus hängt. Was soll das? Vitamine. Oh nice. Gut. Painkillers. Gut. Leute. Wir sind gut ausgerüstet. So. Und jetzt gucken wir mal. So. Fahren wir mit dem Jeep. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch einen Benzinkanister finde. Ähm. Fahren wir jetzt erstmal. Hier an die Seite. So. In den Wald. So ein bisschen. Und dort locken wir uns auch aus. So. Denn. Wir haben jetzt eine Militärbasis. Ähm. Gelootet. Zwar nicht komplett. Weil. Äh. Mein Inventar erstmal voll ist. Deswegen frage ich euch. Gibt es Kisten in diesem Spiel? Oder so irgendwas? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde das Spiel mega hammergeil. Wenn ihr das auch so findet. Gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.